Meines Erachtens nach gibt es nämlich kein größeres Glück, als einen Menschen gefunden zu haben, der dich wirklich aufrichtig liebt. Dem ich uneingeschränkt vertrauen kann und der mir dann noch bedingungslos Ja sagt. Die Liebe, sie ist langmütig. Die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Ich wünsche euch, dass ihr immer sagen könnt, da ist einer, der mich versteht. Da ist einer, der mir zuhört. Da ist einer, der mich kennt. Und da ist einer, der an mich glaubt. Da ist einer, der für mich da ist. Da ist einer, der zu mir wohnt. Und so segne euch und trage euch da nicht. Amen. Und hiermit erkläre ich euch nochmal ganz offiziell jetzt zum Mann und Frau. Und eigentlich ist jetzt der Moment gekommen. Du darfst deine Traumfrau küssen.